Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der neunten Folge und ich glaube ich habe es auch richtig gesagt diesmal, oder? Weil es war ja schon mal, da habe ich mal, es könnte sein, dass ich vielleicht zur dritten Folge oder so gesagt habe, zweite Folge und irgendwie nicht zählen konnte. Ja, irgendwie bin ich durcheinander gekommen mal, aber naja. Ist ja nicht ganz so schlimm, auf jeden Fall geht es halt weiter. Dann gestern im Livestream, beziehungsweise für euch wieder vorgestern, haben wir das hier geschafft, das Lager auf Level 8 zu upgraden. Dann haben wir noch, genau, wir haben hier trainiert wieder, relativ viel, sag ich mal. Kann ich auch alle wieder losschicken. Dann können wir uns jetzt das hier holen. So, ohne Zahn haben wir zu Dämmerbüll geschickt, da können wir auch gleich wieder hinschicken. Der holt uns 10k Fisch, das ist schon mal sehr gut. Kannst wieder los, genau. Dann bauen wir jetzt das Fischbecken auf Level 8 auch mit auf. Hier bekommen wir noch die Aufgabe fertig. So, hier, nee, das kostet noch viel mehr, das auch. Gut, den Flüstern und Tod haben wir auch, aber ich glaube, das war schon im Video mit drin. Gut. Dann ist hier die nächste Aufgabe, da gucken wir mal rein, eine der Verteidiger-Trachensammlungen. Gucken wir gleich mal rein, wie es aussieht. Ansonsten, Flüstern und Tod, 10 Minuten Holz, okay. Du sollst 10 Minuten Holz sammeln. Wir schicken dich erstmal ins Training. Da kannst du dann etwas länger suchen. Sondern alle, die im Stream nicht dabei waren, ihr könnt gerne im Streamen vorbeischauen. Es wird jetzt wieder häufiger Dragon-Streams geben. Und wir haben jetzt nochmal zum Beispiel eine extra Streaming-Account angelegt. Es würde in den Dragon-Streams auch School of Dragons geben. Deswegen könnt ihr gerne vorbeischauen, würde mich sehr freuen. Wie schon gesagt, ich habe jetzt auch schon ein neues Profil in School of Dragons angelegt. Wenn alles nach Plan gelaufen ist, hättet ihr das eigentlich schon vor einer Stunde ungefähr sehen sollen. Das hätte nämlich im Video hochgeladen werden sollen. Ja, eigentlich schon. So, hier bekommen wir erstmal noch das Klatschstreicherei. Schon wieder neuer Drache. Drache, vor allen Dingen. Neuer Drache. So rum. So, und wir haben keinen Platz mehr auf der Insel. Das habe ich schon befürchtet, dass das irgendwie eintreten wird. Gut, ich schicke mal wieder los. So, und zwar haben wir keinen Platz mehr. Das ist aber nicht ganz so nice. Ich wollte schon gerne noch ein bisschen mehr Platz haben. Wir kriegen hier aber nicht mehr genug Platz zusammen. Dafür bräuchten wir mehr Wikinger. So. Das war sogar deutsch. Wenn ich das hier oben wegnehme. Ah, ich weiß, wie ich noch einen rauskriegen kann. Und zwar, das muss hier hin. Dann das. Also, der Kollege hier muss noch eins runter. So. Das muss hier ran. Das muss hier ran. Ja, kommt schon jetzt. Und das Haus muss irgendwo anders hin, wo Platz ist. Haben wir so viel Platz noch irgendwo? Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr nice. Damit passt nämlich der Drache noch draußen mit hin. Und zwar der hier. Der Klatschstreicher. Und das ist der nächste Teil. Aber jetzt haben wir wirklich keinen Platz mehr. Also jetzt müssten wir mal langsam auf 45 Wikinger kommen. Sonst wird es nämlich knapp. Du kannst wieder sammeln gehen. Genau. Und... Genau, der ist gleich zurück. Gut, öffnen wir erstmal das Gratis-Paket. Hier einmal öffnen. So, dann kriegen wir Flüssenatort, Donutrommler, Kronkel. Donutrommler... Oh, nee. Oh, gut. Den haben wir schon. Den können wir freilassen. Ich dachte schon. Ich dachte schon, es wird jetzt wirklich knapp. Aber nee, passt so. Gut, Lager ist halt überfüllt. Aber naja, können wir auch nichts ändern. So, und dann öffnen wir gleich noch das Zweite. So, und da haben wir schon das nächste Paket. Einmal öffnen. Und... Kein Drache. Sehr gut. Ja, okay. Einen seltenen Drachen würde ich natürlich gerne mitnehmen. Aber sonst haben wir jetzt erstmal keinen bekommen. Genau. Genau. So, dann öffnen wir hier die drei Pakete noch. So, und da haben wir nichts. Dann hier können wir aufleveln. Und hier können wir auch hochleveln. Dann könnte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr viele Trophäen verlieren könnt. Habe ich gestern rausgefunden. Also, wenn ihr Trophäen verlieren möchtet, kann ich euch was zeigen, wie ihr das perfekt geht und sehr schnell. Da könnt ihr innerhalb von einer Minute vielleicht 50 Trophäen verlieren oder so. Aber das zeige ich euch nur, wenn ihr fragt. Und das würde ich euch dann mal im Livestream zeigen. Weil, ja, ich will hier jetzt eigentlich keine Trophäen verlieren auf dem Account hier. So, hier nehmen wir noch mit. Wie viel haben wir denn jetzt, ist die Frage. 2000. Naja, das sollte klappen. Wie sieht es hier aus? Besammlungen. Ah, da müssen wir einen neuen nehmen. Dann nehmen wir den Kronkel. Ich habe auf Auswählen gedrückt. Ah, jetzt. Dann Schmeichler beginnt auch bald. Da müssen wir auch mitmachen, wenn es geht. Und hier gibt es noch ein bisschen Fisch. So, dann gehen wir hier rein. Ne, hier rein. Und nochmal in die Sammlung rein. Gucken, was jetzt das Neue ist. Schauen wir doch mal. Und einmal bis hin da. Oh, ja, jetzt wird es langsam mehr. Aber ohne Sammlung müssen wir dafür noch hoch trainieren. Aber das wird schon irgendwie. So, dann können wir dich jetzt zurückrufen. Genau, so. Und hoch füttern. Sehr schön. Und jetzt haben wir so lange, wie du sollst. Derweil kannst du mal zurückkommen hier. So. Dann schicken wir dich die 10 Minuten los. 17.000 für einmal füttern. Ist der teuer. Ist die anderen der billiger. So. Ja, ich würde sagen, wir schicken jetzt erstmal den Kollegen ins Training. Obwohl. Ne, dann schicken wir den rein. Wenn der sowieso gerade zurück ist. So, hier haben wir die Aufgabe fertig. Dann trainiere 3. Das wird schon noch. Verteidige Bär. Na, mal schauen. Vielleicht schaffen wir ja was. Ich glaube aber nicht so dran. Wir haben halt relativ schlechte Drachen bis jetzt. Deswegen ist das nicht ganz so nice. Aber passt schon. Wir machen das irgendwie. Kommen wir durch. Wir starten hier rein. Und dann so und so. Einmal so reingeschossen. Genau. Dann schießen wir da rein. Und nochmal. Und es ist weg. Sehr gut. Damit kriegen wir hier das ohne 3 Schlüssel zu verlieren. Sehr schön. Das passt mir auf jeden Fall sehr gut in den Kram. So. Und weg ist es. Sehr schön. 3 Schlüssel sind es. Kein Schlüssel verloren. Das finde ich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Und da können wir gleich mal schauen, was es geben wird. Also erst mit 3 Schlüssel halt. Und dann gucken wir mal. So. Dann soll das fertigste mitladen. Genau. Ist es auch. So. Einmal einsammeln. 1, 2 und 3. Und 2 Runen. Naja. Bringt nicht allzu viel. Am Anfang bringt das halt noch nicht ganz so viel. Diese Runen. Ich sage, weil es nicht viele sind. Aber später kann man dort richtig schön viele Runen rausnehmen. Dann wird es. Es gibt ein 3.000 Abonnenten Special. Aber ich will euch natürlich noch nicht sagen, was es ist. Das soll nur ein kleiner Teaser sein. Wir haben es ja bald erreicht. Sind jetzt gerade, während ich das Video mache, bei 2.910. Es ging in den letzten Tagen auf jeden Fall wieder sehr gut voran. Deswegen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir die 3.000 erreichen. Und wie schon gesagt. Es wird ein Abonnenten Special dann geben. Ein 3.000 Abonnenten Special. Ja, könnt ihr euch ja überraschen lassen, was es wird. So, wir gehen erst einmal auf den Kollegen. Der Skrill ist natürlich erstmal wieder ausgewiegen. Aber naja, können wir nicht ändern an der Stelle. Wir können es nur nochmal probieren. Dann geben wir ihm Schwäche mit ohne Zahn, würde ich so sagen. Oder? Jo, machen wir auch so. Und geben uns Stärke. Dann können wir mit Fleischklops hoffentlich gleich den Skrill wegholen. Na, das ist nicht ganz so nice. Aber es macht glücklicherweise nicht allzu viel Schaden. Ja, der soll weg sein. Genau, sehr schön. Ist nicht ausgewichen. So, dann holen wir uns jetzt den Donner-Trommler. Der setzt ja seine Super-Attacke sowieso nicht ein. Äh, ich meine, wir holen den Donner-Trommler, weil Fleischklops die 5-Attacke sowieso nicht einsetzt. Deswegen. So. Und der müsste eigentlich gleich weg sein. Oh man, das musste jetzt nicht sein. Aber naja. Gut, dann holen wir uns jetzt noch Fleischklops weg. Und dann haben wir sogar schon gewonnen. Ging eigentlich wohl relativ schnell, würde ich mal so sagen. Hier geben wir uns wieder Stärke. Aha, aktualisieren sie ihr Telefon. Na klar, mache ich. Geben wir nochmal Schwäche. Und dann machen wir... Ne, das nicht. Wir machen das hier. Und nochmal mit der 3-Attacke rein. Und damit sollte es das gewesen sein. So. Sehr schön. Oh ja, das war ordentlich Schaden. Was fliegt denn hier so eine komische Fliege rum? Was ist denn das? So. Und ein normales Paket. In Ordnung nehmen wir mit. So. Dann lassen wir das öffnen. Und wir gehen gleich in den nächsten Kampf. Zu den 1820 Trophäen wäre das Ziel. Lieber nicht weniger. Also, weil verlieren wäre halt jetzt nicht ganz so cool. Wir haben aber bald schon die Hälfte erreicht von der nächsten Arena. Also, das wäre auch schon richtig nice dann. Es geht auf jeden Fall sehr schnell voran. Ist halt so, wenn man relativ viel rauft, dann geht es halt schnell voran. Irgendwie fühlt sich das jetzt gerade richtig komisch an. Das so zu spielen und nicht über den PC. Das ist gerade voll komisch. Aber egal. So. Weil, vor allem alle, die es noch nicht wussten, im Livestream spiele ich ja auf meinem Handy-Account. Aber ich steuere halt mein Handy über den PC. Deswegen. Und. Ja. Deswegen steuere ich halt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel Livestreams auf dem PC. Also, wenn ich jetzt Livestreams mache und dort Dragons zocke. Steuere ich halt mein Handy über den PC. Und damit spiele ich halt sozusagen Dragons auf dem PC. Nur, dass das noch über das Handy läuft. Und da hat man sich aber irgendwie dran gewöhnt. Das ist so mit der Maus das hin und her. Und man hat es viel größer vor sich. Also, ja, es ist. Ist ganz cool, finde ich sogar. Hätte nie gedacht, dass das auf PC sozusagen so spielen auch so viel Fun macht. Ist auf jeden Fall so. Der einzige Nachteil ist, wenn ich das jetzt so am PC verbunden habe, kann ich halt keinen Procets oder so spielen. Weil ich kann mit den Maustasten, äh, mit der Tastatur kann ich nicht steuern. Das einzige, was ich mit der Tastatur steuern kann, ist School of Dragons, weil da wird das unterstützt. Aber bei den anderen Handy-Games wird es nicht unterstützt. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. Gut, hier gibt es jetzt die 30 Trophäen, die wir brauchten. Und dann noch das normale Paket. Sehr schön. So, und da haben wir schon wieder 9 von 10 Drachen besiegt. Das heißt, wir können auch gleich in den nächsten Kampf gehen und können den 10. Drachen besiegen. Ja, schauen wir doch mal, wie das laufen wird. So, wir gehen zuerst auf den Ries, auf den Albtraum. Dann auf den leuchtenden Fluch und zuletzt auf den Reißzahn, würde ich jetzt so sagen. Und am besten, wir gehen gleich auf die 2-Attacke mit ohne Zahn. Wäre vielleicht auch ganz hilfreich. So, dann Schwäche. Nee, okay. Na doch, machen wir mal. So, damit kommt er aber leider noch einmal dran. Aber er gibt 3 Aktionspunkte völlig sinnlos aus. Das ist sehr gut. Hier geben wir uns Stärke. Dann drücken wir Schwäche rein. Oh, knappes Spiel. Aber ich glaube, der ist weg, oder? Yep. Weil er wieder nicht ausweicht, ne? Er müsste einfach ausweichen, er hätte das überlebt. Aber egal, wenn er nicht leben will, ist halt so. Gut, der hat uns diesmal keine Schwäche gegeben. Das ist schon mal sehr schön. Und wir konnten ihn uns holen. Das ist auch sehr schön, finde ich, auf jeden Fall. Ja, sollte klappen. Und dann greifen wir jetzt so an. Dann gehen wir... Gut, jetzt können wir nichts machen mit dem. Aber wir gehen auf die 4-Attacke mit ihm. Genau, wir machen das so. Und jetzt kann er bitte nochmal die Attacke machen. Komm schon, komm schon, hau rein. Ah, nee, schade. Diesmal natürlich nicht. Es war wieder klar. Gut, aber so sollten wir es auf jeden Fall auch schaffen. Und dann noch einmal das hier. Damit haben wir wieder 3 Drachen besiegt. Können wir jetzt noch das Hörblings-Paket öffnen und mal schauen. Vielleicht ziehen wir schon unseren ersten Champion. Wäre auf jeden Fall geil. Und wir bekommen noch ein normales Paket. Nehmen wir auch mit. Sehr schön. So, da haben wir das Paket. Und mal sehen, vielleicht... Na? Nee? Nee? Komm schon. Ah, schade. Leider, ne? Leider nicht. Aber wir haben hier die Aufgabe fertig. Wait. Nee. Nee. Hier, genau. Sehr schön. 10 Runen. Und dann... Ich weiß gar nicht. Der Kollege. Doch, der fliegt schon lange genug. Genau. Dann kann er zurück. Und... Den schicken wir weiter los. Dann Astrid. Tödlichen Nader. Gut, tödlichen Nader haben wir noch nicht. Außer halt ohne Zahn. Äh, ohne Zahn. Tödlichen Nader. Ach, du meine Güte. Ähm. Nee, außer hier am Sturmfall. So rum. So, hier haben wir noch Johanns... Johann. Nein, nein. Eretzboot. Eretz. Und... Let's go. Da ist es hier. Wir haben Eretzboot aufgebaut. Sehr nice. Können wir gleich losschicken. Sehr schön. Dann machen wir tausend zu einem. Aber in der Stelle würde ich sagen, was ist mit der heutigen... Was ist mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Viel Spaß. Und... Ciao, Leute. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.